Ja, ich bin Sophie Buchhardi, ich bin wissenschaftliche Assistentin an der Bucelius Law School und forsche im bürgerlichen Recht und im Wirtschaftsrecht. Ich gehe dabei insbesondere Rechtsfragen nach, die die Digitalisierung und Nachhaltigkeit der Wirtschaft betreffen. In meinem Habilitationsprojekt befaße ich mich beispielsweise mit der Frage, wie wir in einer immer komplexer währenderen Welt Vertrauen schützen können durch Rechtsnormen. Mich beschäftigen aber natürlich auch andere Fragen, beispielsweise die Haftung für den Einsatz von künstlich intelligenten Systemen oder auch nie verkehrten Sorgfaltspflichten und das Unternehmensrecht. Ich habe mich als Young Fellow beworben bei der Akademie der Wissenschaft, weil ich immer wieder in die Situation komme, dass ich Erkenntnisse anderer Fachrichtungen brauche, um meine Betrachtungsgegenstände überhaupt zu verstehen. Also beispielsweise künstliche Intelligenz oder Vertrauen oder auch Plattformen. Und ich freue mich sehr, dass das jetzt aufgenommen wurde und hoffe darauf, dass wir als Gruppe sehr viele schöne Veranstaltungen organisieren werden und dass wir viel voneinander und miteinander lernen werden in unserem Young Fellows-Programm.